Hey Leute, der Alexander hier, grüße euch. Ja, ihr habt jetzt die einmalige Chance, dieses Bild hinter mir bald Nummer 53 aus meiner fast ausverkauften Waldseele zu gewinnen. Wie das Ganze funktioniert? Klickt jetzt den Link via priz.org.com und sichert euch die Lose dafür. Das Coole daran ist, dass rein theoretisch jeder gewinnen kann und wir können alle gemeinsame Mutes tun. Denn die L'Oreal Sports-Burts-Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen durch den Sport Mut und Kraft zu geben. Und ich finde genau das ist wichtig in unserer heutigen Zeit. Deshalb klickt jetzt den Link via priz.org.com und sichert euch eure Lose hin. Und es gibt ein persönliches Meet & Greet und eine Übergabe mit mir. Cool oder? Peace, take care.